Ein Forschungsauftrag der Schufa sorgt für Wirbel. Deutschlands größte Auskunfttei will nämlich herausfinden, was Informationen aus sozialen Netzwerken wie Facebook über unsere Kreditwürdigkeit aussagen. Politiker aller Parteien haben das scharf verurteilt und Internetnutzer laufen Sturm. Die Schufa sagt, es handele sich um Grundlagenforschung. Jan Mayer berichtet. Welche Freunde hat der Facebook-Nutzer und was bedeutet das für dessen Zahlungsfähigkeit? Informationen wie diese sind interessant für die Schufa. Die Finanzauskunft sammelt über die meisten Bürger Daten, die mitentscheiden beim Abschluss von Handyverträgen und bei der Vergabe von Krediten. Künftig hofft man, Informationen auch aus dem sozialen Netzwerk systematisch auszuwerten. Wir können uns den technologischen Entwicklungen des Internets nicht verschließen. Das heißt, das World Wide Web ist für uns eine ganz zentrale Herausforderung als Informationsquelle. Am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam will man nun erforschen, wie große Mengen unterschiedlichster Daten aus dem Internet effizient genutzt werden können und welche Risiken dabei entstehen. Es geht uns ja darum, genau diese Gefahren überhaupt aufzudecken. Zunächst einmal sagen alle, Facebook ist alles öffentlich und man muss aufpassen. Nun wollen wir mal rausfinden, muss man denn eigentlich aufpassen? Vielleicht ist es ja auch gar nicht geeignet möglich, mit einer hohen Qualität Erkenntnisse über einzelne Personen etwa zu gewinnen. Und wenn das doch der Fall ist, dann wollen wir hier das qualitativ untersuchen, was funktioniert, um dann entsprechend warnend einzugreifen. Gewarnt wird schon jetzt. Zahllose User geben zu viel von sich preis, meine Kritiker. Die Gefahr des gläsernen Verbrauchers werde durch das von der Schufer mitfinanzierte Forschungsprojekt noch größer. Für die Kreditwürdigkeit hat die Frage, ob ich irgendwo gepostet habe, auf Facebook überhaupt keine Relevanz, sondern da gibt es genügend Daten, die man dafür verwenden kann. Das hat hier nichts zu suchen. Noch wird am Hasso-Plattner-Institut nur geforscht. Aber persönliche Daten sind begehrt. Vorsicht im Internet ist also schon jetzt geboten.